Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere Sparen Sie heute Ihre Energie, anstatt sich auf einen Plan zu stürzen, der noch nicht ganz gefestigt ist. Es ist besser, wenn Sie abwarten und sich Pläne B und C ausdenken, als blindlings mit Planar weiterzumachen. Andere werden sich an Ihrem Ansatz orientieren. Gesundheit Sie brauchen viel Platz, um Ihren Wunsch nach Ausgeglichenheit in Ihrem Leben zum Ausdruck zu bringen. Beginnen Sie damit, die Unordnung in Ihrem Leben zu beseitigen. Entrumpeln Sie Ihren Kleiderschrank, Ihre Küchenschränke, Ihren Badezimmerschrank. Entledigen Sie sich all des überflüssigen Gepäcks, das Sie mit sich herumtragen. Das gilt auch für Ihr geistiges und körperliches Selbst. Sie müssen sich frei fühlen, was auch immer das für Sie bedeutet. Konzentrieren Sie sich darauf, Ballast loszulassen, wo immer Sie ihn finden. Liebe Die Liebe könnte sich unbemerkt an Sie heranschleichen, vor allem durch die heutige Ausrichtung der Planeten. Vielleicht befinden Sie sich in einem virtuellen Treffen oder in einem Kurs, spielen Schach oder planen irgendeine Aktivität, wenn Sie plötzlich feststellen, dass die Person, mit der Sie das Abenteuer teilen, tatsächlich sehr viel für Sie empfindet, genauso wie sie für Sie. Es beruht auf Gegenseitigkeit. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Finden Sie heraus, was Ihre Ziele und Träume sind. So viele Menschen wandern ziellos durch das Leben und nehmen sich einfach jede Kleinigkeit vor, die sie gerade brauchen. Entscheiden Sie stattdessen, wie Ihr perfektes Leben aussehen soll, und setzen Sie die Schritte in Bewegung, um diesen Ort zu erreichen. Das Befriedigendste auf der Welt ist es, eine Herausforderung zu meistern und ein Ziel zu erreichen. Wir sind am glücklichsten, wenn wir wachsen und auf etwas Besseres hinarbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis bald! Schauen Sie Mal. 2 6